Mladenovic Nationalspieler in Luxemburg, Materialspezialist. Hier sieht man, wie er sich da warmspielt mit dieser aufgestellten Rückhand. Möchte der Tischtennis unsere Leute Gott wissen, wieso sie ihn gegen Humboldt-Stein nicht aufgestellt haben? Denn da hat er immer gepunktet. Dramatische Spiele. Einmal, glaube ich, hat es der Listicat geschafft. Knapp im fünften Satz gegen ihn zu gewinnen, da war richtig viel Glück dabei. Und jetzt haben sie ihn nicht eingesetzt und die Grittung war ein 0 zu 3. Gegen den Tifa Hildbultstein zu sehen auf den Stativaufnahmen. Suchwort Hildbultstein gegen Mainz 2019, 08.25. Auf dem Kanal Rheinland-Steinzeichen.